Hallo bei Heilende Wahrheit, hier ist Annett und ich freue mich, dass du heute dabei bist, wenn ich über das Thema meine Werte leben dabei bist und es geht hierbei auch um die neue Zeit. Was braucht die Zeit? Wir befinden uns in einem Wandel und ein ganz praktisches Experiment, eine Methode, die ich dir heute anbieten möchte, ist auch dabei, nämlich die Werteüberprüfung, die du selbst anwenden kannst. Also sei dabei, ich freue mich, wenn du kommentierst und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich über dein kostenfreies Abo und du kannst mehr Geschichten über Potenzialbewusstwerdung und Heilung hören und natürlich auch sehen. Hallo, hier ist wieder Annett und heute gibt es ein neues Selbstgespräch von mir bzw. Gedanken von mir, die ich gerne in die Welt schicken möchte, die mich derzeit sehr bewegen. Und natürlich ist es mein großer Wunsch, dich damit zu inspirieren, dich aufzuwecken, deine Kraft zu leben, dich selbst zu leben und in die Heilung zu kommen. Es geht um das Thema Werte leben, eigene Werte etablieren, eigene Werte überdenken, und dann zu einer neuen Lebenseinstellung finden, weil wir leben in einer Zeit, wo vieles ans Licht kommt und es ist so eine sichtbare Welt geworden. Wir leben in einer medialen Welt. Die Lage, wie sie weltweit ist, zwingt die Menschen oder fordert sie auf, sich zu verändern und dann zu einer neuen Lebenseinstellung zu finden. Krieg, Flucht, Krankheit, Korruption in Wirtschaft, Politik, alles ist so deutlich und wird uns fast vor die Nase gelegt. Und wir fragen uns, wie gehen wir mit all diesen Dingen um? Wie können wir diese Dinge in unserem Verstand und in unserer Seele und in unserem Körper verarbeiten? Es gibt viele Wege, diese Dinge für sich selber in seinem Leben zu verarbeiten, um dann Neues zu kreieren, um sich neu zu justieren, um Neues und Wertvolles in die Welt zu bringen und Altes vielleicht sogar auch nochmal zu hinterfragen und um es wieder neu aufzuwerten. Eine Technik, einen Weg heute möchte ich dir vorstellen, um die Werte zu überprüfen. Welche Werte möchte ich leben in der Zukunft? Was möchte ich in mein Leben integrieren und wo spüre ich den Drang, Neues zu etablieren, Werte, neue Werte zu etablieren? Und wichtig dabei ist natürlich, welche Angst tut sich auf bei dem Gedanken, die eigenen Werte vollständig zu leben? Und dabei geht es heute bei vielen Menschen darum, dieser, wer bin ich eigentlich? Ich fühle mich so anders, weil eigentlich möchte ich schon lange diese Werte etablieren, traue mich einfach nur nicht. Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach dieser Seelenverbindung zu mir selber und zu anderen, ja, ich nenne es mal wirklich Seelen, die in mein Leben hinein dürfen, weil ich sie mir aussuche und nicht, weil sie mir durch Familien und Ahnengeschichte gegeben wurden, sondern ich suche mir heute aus, welche Werte, welche Menschen ich in mein Leben lasse. Und dabei geht es heute bei vielen Menschen darum, und ich spreche da wirklich aus der Seele von vielen Menschen, weil ich mit vielen Menschen gesprochen habe, die die gleiche Sehnsucht haben. Es geht um ein neues Geben und Nehmen, es geht um das Mitteilen sich, das Zuhören, das bedingungslose, aktive Zuhören, nicht nur dieses oberflächliche Gespräch. Es geht um Teilen und auch Abgeben können und es geht um Schenken und beschenkt werden. Wir wollen uns nicht mehr verbergen. Wir wollen so sein, wie wir sind mit unserer Seele, mit unserem Geist, mit unseren Gedanken und mit unserem Körper. Das geht um unser eigenes, persönliches Feuer und um unsere Leidenschaft, die wir neu entdecken wollen, unsere Verbindung zu unserer Ursprünglichkeit als Mann und als Frau, das Weibliche und das Männliche in uns. Es geht aber auch um Achtung und Wertschätzung, um das Lieben ohne Bedingungen und sich finden, im Anderen atmen, nur um das Verbrauchen, was wirklich nötig ist, um das Abschaffen, was unnötig ist, der Kontakt mit sich selbst und die Aufarbeitung der eigenen Themen und darin die Seelenfreunde, die Freunde finden, die für das eigene Leben wichtig sind. Viele fühlen sich in diesem Prozess alleine oder fühlten sich immer schon andersartig, fühlen sich leicht von Reizen überflutet. Es geht um diese ständige Animation von außen und diese Schnelligkeit, die der Mensch kaum noch verträgt. Es geht um dieses Überholen, dieses um jeden Preis Erfolg und Geldscheffeln, was manche Menschen einfach nicht mehr ertragen. Sie fühlen sich sensibel, sie fühlen sich high-sensitiv, sie fühlen sich in dieser Welt einfach oft fehl am Platz. Viele Menschen fühlen sich durch die eigene Geschichte entwurzelt. Und es ist so wichtig, dass wir schauen, aus welcher Kultur wir kommen und unsere Kultur, unser Ursprung. Wir kommen von den Kelten und den Germanen, galten ganz andere Rituale. Die Kraft der Natur wurde angezapft, Dankfeste, Reden, Gemeinschaft. Man hat sich nach den Sternen gerichtet und der Mond war so wichtig. Und wie steht die Sonne? Heute geht dieses Wissen einfach immer mehr verloren. Diese Traditionen wie Kräuter sammeln oder Tierkommunikation, die Wertschätzung des Natürlichen geht immer mehr verloren. Und wir sehnen uns aber nach dieser Natürlichkeit. Wir sehnen uns nach dieser Natürlichkeit. Wir sehnen uns nach Natur. Wir fühlen diesen tiefen Verlust unserer Urkraft, weil wir ständig dieser hektischen Welt ausgesetzt sind und völlig orientierungslos darin Suchende sind. Und dieses Suchen schwächt uns, weil wir im Suchen die Kraft verlieren. Wir verlieren Kraft, wenn wir ständig auf der Pirsch sind, wenn wir ständig schauen müssen, wo finde ich die Spiegelung meiner Werte. Das heißt, es ist so wichtig, neue Inseln zu finden für sich, neue Andockstellen für sich zu finden, wo dieses Suchen aufhört, wo das Ankommen der eigenen Werte gelebt wird. Und ich werde ja gleich noch zu diesem wunderbaren Experiment kommen, welches mich mit dir starten möchte. Wie komme ich zu meinen eigenen Werten? Diese Werte mal zu überprüfen mit Familie, mit Beziehungen, in der eigenen Liebesbeziehung, wenn es geht im Job, wenn es geht mit dem sozialen Umfeld, dann kann man herausfinden, ist das dort, wo ich mich aufhalte, eigentlich das nährende Umfeld für mich. Viele Menschen kennen das Wort Wahlverwandtschaft, weil man sich in der eigenen Familie, im eigenen Ahnenkreis schon wie ein Exot oder wie ein Außenseiter fühlt und man durch die eigene Geschichte vieles abfängt von der Familie, vieles in sich aufnimmt, was nicht das eigene ist. Und das neu zu finden, das ist so wichtig, damit man sich selber im Individuationsprozess, also im Ich-Werdungsprozess selber unterstützt und diese Werte zu überprüfen, ist eine Methode dabei, sich wieder an sein eigenes, ursprüngliches, Inneres zu erinnern. Am deutlichsten merkt der Mensch den Wandel, den Prozess, den Werteüberprüfungsprozess, das heißt den Ich-Werdungsprozess, wenn er aus Strukturen herauswächst, wenn er sich zum Beispiel in einer Beziehung hinterfragt, ob das noch nährend ist, ob das noch liebend ist, ob das noch wohlwollend ist. Und jeder Mensch hat ein Riesenbedürfnis nach wohlwollenden, zugewandten Beziehungen. Da gehört natürlich der Austausch und die Auseinandersetzung dazu. Es geht nicht um ständige heile Weltspielen, sondern es geht darum, fühle ich mich vom Anderen wirklich gesehen? Und das ist zum Beispiel ein Wert. Und darum geht es auch in Beziehung, im sozialen Umfeld, dieses zu etablieren und mal zu hinterfragen, fühle ich mich in meiner Beziehung gesehen? Fühle ich mich in meinem sozialen Umfeld gesehen? Fühle ich mich im Job gesehen? Und das als neuen Wert zu etablieren, das alleine würde ein riesengroßes Thema in sich aufmachen, wo man sich fragt, bin ich eigentlich noch richtig dort, wo ich gerade bin? Und natürlich sind das Prägungen aus unserer Kindheit, natürlich sind das Prägungen von unseren Ahnen, aber wir dürfen diese Werte, diese Prägungen, diese Konditionierung heute überdenken. Diese Verstrickungen aus unseren Familien, von unseren Ahnen, diese Gegenkompensation, die wir als Kinder gelebt haben. Daher rührt unser heutiges Nichtbewusstsein unseres wahren Ichs. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in die Bewusstwerdung kommen und wenn wir uns selber fragen, was will ich eigentlich wirklich und welchen Treuevertrag bin ich hier eingegangen, dass sich vieles ändern wird. Und dieses System, was ich überlebt habe, manche Menschen aus Traumata und Entwicklungstrauma, will heute überdacht werden. Prägungen, diese Muster halten wir heute aufrecht, aber es ist nicht mehr das Konzept, was mir heute gut tut und was ich eigentlich leben möchte. Diese unfreundlichen, toxischen, oberflächlichen Beziehungen darf ich hinterfragen und das in meine heilende Wahrheit, in die Wahrheit zu mir selber, die heilt, integrieren. Und das bedeutet zuallererst, dass ich mich frage, und jetzt kommen wir zu dieser wunderbaren Technik, welche Werte ich eigentlich etablieren möchte. Und diese Technik ist so gedacht, dass du dir die Werte, die ich hier unter dieses Video nochmal schreibe, das sind ausgewählte Werte von mir. Es gibt bestimmt noch viele, viele andere Werte, aber wenn du Hilfe brauchst, schau gerne unter dieses Video und lass dich von mir inspirieren, von diesen Werten. Aber es müssen nicht unbedingt deine Werte sein. Das heißt, wir nehmen uns Werte, die uns guttun und schreibe diese auf ein Blatt Papier. Aber wie finde ich die eigenen Werte? Es ist manchmal schwer zu sagen, was lebe ich eigentlich und was möchte ich eigentlich wirklich leben? Und ich verbinde mich da am besten mit Situationen aus dem Alltag, wo mir sehr klar bewusst wird, das möchte ich eigentlich anders oder da fühle ich einen Wert ganz deutlich. Zum Beispiel beim Tierwohl oder wenn ich in die Natur gehe, fühle ich ganz deutlich, dort ist eine tiefe Verbundenheit zur Natur, zur Erde da. Und das ist schon mal ein Wert, den ich bei mir auf meinen Zettel schreibe. Oder stell dir vor, du hättest eine Stunde am Tag Zeit, die dir geschenkt wird. Und was würdest du tun, um in deine Kraft zu kommen? Was wäre es, was du tun würdest, um dich vollständig auszuleben? Ja, und dann fallen dir schon Dinge ein und das ist zum Beispiel ein Wert von dir, der es sein könnte, den du auf deinen Zettel schreibst. Bei mir sind es die Werte geworden, die ich theoretisch schon wusste, aber in der Praxis durch dieses Experiment, durch dieses Aufschreiben, wurden sie mir nochmal so deutlich. Bei mir war es Tierwohl, Naturverbundenheit, Minimalismus, Liebe, Achtsamkeit, Kreativität, Vertrauen, Wahrheit, Heilung und Verbundenheit. Und das sind die Werte, die ich jetzt in mein Leben integrieren darf und die ich jetzt heute mit jeder einzelnen Faser meines Seins überdenke, in jeden Kontakt, in den ich gehe, in mein Umfeld, mit meinen Beziehungen, in meiner Arbeit. Überall werde ich diese Werte überprüfen, ob diese Menschen noch für mich stimmen, ob mein Job noch stimmt, mit diesen Werten kompatibel ist, ob meine Beziehung mit diesen Werten kompatibel ist, ob meine Familie mit diesen Werten kompatibel ist. Diese Bestandsaufnahme im Moment kann sein, dass du für dich heute diese Werte findest und vielleicht morgen andere Werte findest. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Für mich ist wichtig, dass ich wandelbar sein darf, weil das Leben ist Wachstum, das Leben ist Lernen, das Leben ist Flexibilität. Und dann darf ein Wert, der heute ganz wichtig war, morgen an Stärke abnehmen und darf ein anderer Wert im Vordergrund stehen. Das heißt, wenn du heute Verbundenheit wichtig findest, morgen aber das Thema Solidarität oder Spiritualität für dich wichtig empfindest oder Loyalität, dann ist es an dem anderen Tag dieser Wert. Wichtig ist, sich seiner Grundwerte klar zu werden. Wichtig ist, sich überhaupt erst mal seiner Werte klar zu werden. Und wenn ich an dem einen Tag den einen Wert in den Vordergrund stelle, dann lebe ich diesen Wert mit der ganzen Kraft und mit der ganzen Fülle und mit jeder Faser meines Körpers und mit einer riesengroßen Leidenschaft, weil das geht in die Welt hinaus. Diese Leidenschaft geht in die Welt hinaus. Diese Energie ist das, was diese Welt von dir braucht für diesen Wandel. Sie braucht deine individuelle Schöpferkraft durch dein Werteleben. Wichtig ist, dass du dir deiner Grundwerte klar wirst und diese in deinen Lebensbereichen überprüfst. Und dann kannst du sehen, mit welchen Menschen du noch umgehen möchtest, welche Menschen du darüber informieren möchtest, wie du leben möchtest. Und ganz spannend ist dieses Experiment der Werteüberprüfung in deiner Liebesbeziehung oder in deiner Familie. Da kann man sich mal wirklich auch Zeit nehmen miteinander, sich an einen Tisch setzen und seine Werte mal aufschreiben und miteinander überprüfen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo liegt man sehr weit auseinander. Da kann man schon sehr viel über sich und sein Gegenüber herausfinden. Also ein spannendes Experiment, welches man in Projekte, Beziehung, Familie einfach mal einbeziehen kann und daraus ein schönes Werte-Ritual stattfinden lassen kann. Und das ist auch heilsam und das ist auch wirklich eine Methode, die aktiv hilft dabei, sich in dieser Welt neu zu orientieren und etwas hinaus zu geben, was du bist. Und wenn ich sage, du gibst etwas von dir in diese Welt, was du bist, dann ist das der Individuationsprozess, den du heute leben darfst. Du darfst dich selber leben mit deinen Werten und mit deiner inneren Potenzialentfaltung. Diese Botschaft heute nach draußen zu geben, ist natürlich auch für mich wichtig. Mit jedem Wort verinnerliche ich mein Vorhaben, noch mehr meine Werte zu leben. Und wenn du Menschen kennst, die davon profitieren können, dann gib diesen Podcast doch gerne weiter und wir können damit den Menschen einen positiven Input geben, die Werte zu leben, sich selbst zu leben. Und nochmal, diese Welt braucht dein individuelles Sein, deine individuelle, wohlwollende Werteverteidigung für dich und für diese Welt. In dem Sinne wünsche ich dir heute einen wunderbaren Tag. Sei gut zu dir selbst. Bis demnächst. Annette Wir sehen uns beim nächsten Mal.